Okay, dann würde ich sagen, fange ich mal an. Wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Guten Abend, guten Nachmittag, wo immer ihr seid. Willkommen zu dem morgendlichen Vortrag hier zum Thema Büro, Digitalisierung, Workflows, rund um freie Software, LibreOffice dann nur als einer von vielen Bausteinen. Ein paar kurze Worte zu mir selber. Mein Name ist Thorsten Behrens. Ich arbeite seit 2015 bei der Firma CEB, habe dort das LibreOffice-Team mit aufgebaut. Ich bin einer derjenigen, die damals 2010 LibreOffice gefolgt haben. Nach wie vor im Vorstand der Stiftung und insgesamt seit 2001, damals noch mit OpenOffice, mit der Code-Basis befasst. Also insofern schon ein LibreOffice als großer Teil meines Lebens. Darüber hinaus aber Informatiker, Verfechter von Open Source und Open Standards. Mein Blog findet ihr unten. Mein Twitter-Handle ebenfalls. So viel zu meiner Person. Kurzer Überblick, worüber ich heute reden möchte. Wie sich aus dem Titel ergibt, wird sich der Vortrag im Beispiel einiger Workflows aus dem Verwaltungsalltag damit befassen, was mit ODF und PDF und vor allen Dingen freier Software heutzutage schon möglich ist. Ein paar Punkte, die wir behandeln werden, sind Anforderungen. Also was wird denn überhaupt benötigt für diese Workflows? Vorstellung einiger Open Source-Bausteine für den Workflow. Also ich kann ein bisschen was sagen zu Implementierung. Zwei Referenzen waren schon auf der Titelseite zu sehen. Einmal das Limux-Projekt in München und das Bundesrechenzentrum in Wien. Und wie versprochen auch in dem Vortrag ein bisschen was zu G Suite mit Open Source, On-Premise mit Nextcloud. Okay, dann legen wir mal los. Ich muss mich entschuldigen. Ich hatte eigentlich ein bisschen Demos geplant. Leider möchte Chromium heute kein Screensharing machen mit mir. Insofern werde ich vielleicht ein bisschen mehr erzählen. Im Nachgang noch die Folie ein bisschen anreichern mit Screenshots, wenn das hilft. Aber schauen wir mal, wie der Vortrag läuft und was für Fragen kommen nachher. So, was gibt es denn für Anforderungen? Dazu ganz kurz mal ein Rückblick. 2018 war ich schon mal hier bei der FrostCon damals noch live. In Bonn-Saint-Augustin gibt es zwei Vorträge mit Videos. Einmal zu Signaturen für Schlüsselungsworkflows. So wie, jetzt nicht ganz relevant, aber wenn man jetzt einen komplett freien Software-Stack verwenden möchte, natürlich auch nicht unerheblich eine Portierung von LibreOffice nach KDE 5, K5 Plasma. Links sind im PDF drin. Wenn die Slides hochgeladen sind nach dem Vortrag, könnt ihr draufklicken. Relevante Standards. Nicht ganz unerheblich, gerade für die öffentliche Verwaltung, dass wir uns da an Standards halten, dass die auch in den entsprechenden Open-Source-Programmen unterstützt sind. Ansonsten geht sowas bei der öffentlichen Hand zumindest mal schnell nicht. Wenn es einen relevanten Standard gibt, da die öffentliche Hand gehalten ist, wenn es Standards gibt, dann auch Produkte zu verwenden und einzukaufen, die diese Standards implementieren. Das sind ein bisschen Buchstaben. Also per jetzt wichtigste sind die Signaturstandards für PDF und XML, sowie darüber gestülpt der EIDAS-Standard für elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste. Das ist mittlerweile eigentlich überall supported in allen PDF- und XML-verarbeitenden Systemen mit Relevanz. Also LibreOffice, Okular, Events, PDF-Box ist das unterstützt. Und es gibt auch von der EU passenden Code, meistens Java dazu, die das als Middleware und als Toolbox zur Verfügung stellt. Darüber hinaus gibt es dann leider sehr viele nationale Signaturverfahren obendrauf auf diesem Standard, die in der Regel an Bürgerkarten oder an Ausweisdokumente gekoppelt sind, zwecks Identifizierung und Signatur. Ein schönes Beispiel, finde ich, ist die belgische EID. Die kommt nämlich mit passenden Linux-Paketen schon gleich für Debian, Susu und Fedora vom Upstream-Projekt, was ich für beispielhaft halte. Auch gerade mit dem Thema Public Money, Public Code, was ja durchaus Anklang findet, was ja durchaus auch in Deutschland Parteien, die an der Regierung waren oder an der Regierung, zumindest in den Landesparlamenten sind, gelebt wird. Gut, ja, Anforderungen an Workflows. Was soll denn, wenn ich irgendwas digitalisiere, was soll denn da passieren? Was sollte ich erfüllen, damit das Sinn macht? Also, erster Schritt natürlich eine Abbildung eines in der Regel papierbasierten Prozesses in die komplett digitale Welt, also unter Umgehung von sämtlichen, ich drücke das aus, unterschreibe das, scanne das wieder ein oder trage das irgendwo hin. Weiterhin eine Einbindung, weil eben häufig Prozesse auch Bürgerbeteiligung erfordern, entweder initial als Trigger oder auch zwischendurch, wo mal ein Bürger was sagen muss, abnicken muss, ausfüllen muss. Das heißt, die Einbindung von Bürgern im Sinne von, also Bürger als Teilnehmer in dem Prozess oder Bürger als Initiator des Prozesses, Stichwort Online-Zugangsgesetz, ist eine Voraussetzung. Und das sollte eine möglichst barrierefreie Nutzbarkeit sein, barrierefrei in vielerlei Hinsicht, sowohl was die Zugänglichkeit, also dass ein blinder, ein sehbehinderter, vielleicht jemand, der die deutsche Sprache nicht hundertprozentig beherrscht, damit mit den Prozessen umgehen kann, aber auch die barrierefreie Nutzbarkeit im Sinne von, es sollte den Bürger, der muss nicht, sollte sich keine Software kaufen müssen, um teilhaben zu können. Also die digitale Teilhabe sollte eben mit Ausnahme vielleicht des Gerätes, des internetfähigen Gerätes und des Zugangs zum Internet keine weiteren Voraussetzungen haben. Und das wird natürlich perfekt durch freie Software, aber logischerweise auch durch kostenlose Software, die dann möglichst auf allen Plattformen läuft, geleistet. Weiterhin Nutzung von Synergien, das heißt, die in weiteren Schritten sollte es dann möglich sein, Workflows oder Prozesse zu verschlanken oder zu optimieren, sowie Nutzung von Mehrwerten, das ist ein schönes Paper dazu, was verlinkt ist, nämlich Assistenzunterstützung, das heißt, das, was, also echte Mehrwerte, also was der Computer gut kann, nämlich im Hintergrund schauen, was macht denn der Anwender da gerade, versucht er gerade irgendwas zu tun, wo ich ihm einen Hinweis geben kann, bis hin zu Sachen wie Rechtschrankkorrektur, Vervollständigung, Auswahl von Standardantworten, rechtliche Aspekte, das heißt, möglichst Leitklanken einbauen, dass Prozesse rechtssicher ablaufen, aber auch Augmentierung, das heißt, Anwendung von Rechtsinformationssystemen, relevante Vorschriften oder Kommentare, dass ein Sachbearbeiter sich schnell schlau machen kann, ohne Fragen oder nachschlagen zu müssen, was er denn da gerade tun kann und tun muss. Dienste Komposition und Integration, das heißt, wenn man dann Workflows hat, dann soll man die auch komponieren können, das heißt, daraus größere Workflows machen oder dynamisch ändern, vielleicht zu Corona-Zeiten, dass Sachen einfacher, schneller, leichter gehen oder ganz neue Sachen bauen aus Bausteinen. Idealerweise vielleicht mal irgendwann sowas wie Infrastructure as Code, dass man dann auch Verwaltung as Code hat, das heißt, dass Verwaltungsprozesse, die in der Regel ja auf Rechtsvorschriften beruhen, so formuliert sind, die Rechtsvorschriften, dass es wie ausführbarer Code ist, das heißt, man kriegt dann am Ende einen Prozess daraus oder eine Prozessbeschreibung, die in der Verwaltung ausgeführt werden kann. Das ist jetzt ein bisschen Zukunftsmusik, aber deswegen ist das sozusagen das Endgame mit freier Software, mit diesem ganzen Public-Money, Public-Code-Thema auch und der digitalen Souveränität und der Transparenz eben auch, dass das das Endgame ist, weil am Ende wird es vermutlich so sein, dass die Verwaltung sich definiert aus der Sammlung aller Rechtsvorschriften, die so formuliert ist, dass da eine Maschine sozusagen notfalls einen Menschen durch diesen Prozess durchführen kann. Deswegen ist es so wichtig, dass genau diese zentralen Komponenten transparent sind, reviewbar sind, öffentlich sind und das wird natürlich perfekt durch Open Source erfüllt. So ein paar Stichworte, dass das jetzt nicht irgendwie Träumereien sind, sondern dass tatsächlich freie Software auch in der Verwaltung funktioniert, auch Ende zu Ende funktioniert. Ganz klar das Limux-Projekt für Deutschland, aber auch das zufällige Kunde von uns, das Bundesrechenzentrum Wien, also Österreich mit einem Software-Stack, das nennt sich EEP, das ist eine integrierte Workflow-Suite für die Rechtspflege, das ist also auch da sozusagen das Frontend für den Richter, für den Staatsanwalt, für den Rechtspfleger, basierend auf Open Source. Sowie relativ neueren Datums, das Projekt Phoenix, und das ist von den Dataport, das ist der IT-Dienstleister der Nordbundesländer, ein komplett freier Open Source, Verwaltungsfrontend oder Verwaltungsdesktop-Stack, allerdings in diesem Fall hauptsächlich webbasiert, aber tatsächlich eine reine freie Softwarelösung für die öffentliche Hand und das Ganze als Pilotprojekt gestaltet. Ein paar Bausteine. Da gehen wir jetzt tatsächlich ein bisschen in die Tiefe. Da bitte gerne Zwischenfragen. Ich schaue mal, dass ich auf den Chat gucken kann zwischendurch. Da hätte ich jetzt eigentlich ein paar Demos geplant gehabt oder müssen wir es zu zeigen gehabt, aber wie gesagt, das würde ich im Zweifel mit mindestens Screenshots nachreichen in den Slides. Okay, ganz offensichtlich first and foremost mal LibreOffice mit mittlerweile einer wirklich runden Lösung von ganz alt Serienbrieffunktionen, Anbindung von Datenbanken bis hin zu digitalen Signaturen und Verschlüsselungen mit den genannten Stichworten, also mit den Standards für PDF-Signaturen, mit den Standards für XML-Signaturen sowie mit Support für OpenPGP mit der Implementierung NuPG, mit der dann auch Public-Key-Signaturen und Verschlüsselung von Dokumenten möglich ist. Im Dokument selber ist dann sowas wie Unterschriftsfelder möglich, also dass man wie bei PDF da so ein Unterschriftsfeld aufzieht, dass der Nächste in der Kette weiß, dass er da bitte unterschreiben möchte, einschließlich der Pass an digitalen Signatur, die dann auf dem Dokument aufgebracht wird, sowie PDF-Generierung und auch nachfolgend Signierung. Also ich kann auch im LibreOffice ein PDF aufmachen, kann es ändern, zum Beispiel indem ich es einfach signiere, also ein Unterschriftsfeld aufbringe und digital unterschreibe, aber auch natürlich anderweitige Änderungen vornehmen, Bilder einfügen, Text einfügen, was auch immer. Okula als PDF-Viewer, da gibt es jetzt so seit einiger Zeit schon Bemühungen, auch dort die ganzen Signaturgeschichten nachzurüsten. Es gibt mittlerweile das Anzeigen und Verifizieren von Signaturen, das war ein Google Summer of Code Projekt, das ist auch im Upstream-Projekt drin, und es gibt zwei Patches, einen gegen Poplar, einen gegen Okula, sozusagen auch das visuelle Signieren, das visuelle Aufbringen von Signaturen, wie im Acrobat Reader und andere anderen Produkten vorzunehmen. Das ist leider noch nicht gemerged, da gibt es noch ein bisschen Arbeit zu tun. Ich habe da mal eine Demo gemacht, auf der Fostem dieses Jahr, das Video ist da verlinkt, aber auch hier würde ich, wie gesagt, noch ein paar Screenshots beifügen. Wie gesagt, das Checken der Signaturen, das funktioniert. Ja, PDF Box ist ein Apache-Projekt in Java mit ganz vielen Möglichkeiten zur Manipulation von PDFs, unter anderem aber auch das Aufbringen von Signaturen. Das wird sehr gerne in Web-Services genutzt. Wir von der CIB haben da zum Beispiel ein Angebot, wo man relativ einfach in einer Web-Applikation eine Signatur aufbringen kann. Das, wie gesagt, Apache-Code gibt sehr einfaches, ein sehr einfaches Beispiel-Code, der sehr einfach in bestehende Applikationen einzubetten ist. Also, wenn man das im Backend machen möchte, nicht im Frontend, nicht in Okula, nicht in LibreOffice, der Code ist da, der funktioniert auch. Da kann man auch, wie man hier sieht, eine Faximile-Unterschrift und sowas, also das ist fast Feature-Parity, dem, was bei Adobe geht und alles freie Software. Genau, das ist besonders nett, ist das halt für so Workflow, wo man jetzt nicht alles per Hand machen will, sondern wo man Workflow, also Rechner unterstützte Workflow-Unterstützung haben will. Da sind natürlich so sogenannte Dunkelverarbeitungsschritte, also Sachen, die im Backend laufen, auf dem Server laufen, getriggert, entweder direkt vom Anwender oder bei Events im Prozess, einfach super. Wollmux ist auch im Rahmen des Limux-Projektes entstanden, steht für eierlegende Wollmilchsau und ist so eine Rundum-Lösung, also ist eine LibreOffice, OpenOffice-Extension, eine Erweiterung und ist im Prinzip eine Serienbrief-Vorlage, Verwaltung, Formular, Engine auf Speed, die ganz, die LibreOffice da ganz erheblich erweitert und zwar mit dem Fokus öffentliche Hand und was ist, was die öffentliche Hand tatsächlich für relativ komplexe Workflows und Prozessschritte hat, ist allerdings noch in der jetzigen Ausbaustufe darauf ausgelegt, dass am Ende ein PDF-Dokument oder in der Regel auch ein Ausdruck passiert. Da ist also jetzt mit digitalen Signaturen in der jetzigen Ausbaustufe noch nichts vorgesehen, ist aber Open Source, hat ein, also wirklich Open Source, sogar mit öffentlichem Issue-Tracker, das ist immer eins der der Lackmus-Tests für mich, wie offen ein Projekt denn wirklich ist, aber wenn der Issue-Tracker offen ist und man da reingucken kann, ist das recht weitgehend. Das Ganze momentan auf GitHub gehostet, ich habe gehört, dass eventuell da Schritte geplant sind, das in einer Open Source Foundation unterzubringen, wo wir mal gucken, was da in nächster Zeit passiert, und relativ gut dokumentiert, also Spezialfokus natürlich Deutsch, das Projekt ist Deutsch, die Dokumentation ist Deutsch, aber das ist ja hier auch die Zielgruppe. Genau, und das Ganze, wie gesagt, sehr, sehr, sehr komplex, ich könnte ein bisschen was zeigen, wenn ich Screenshaling mich trauen würde, aber ich fürchte, dann ist hier die Session wieder vorbei. Das, die Königsdisziplin ist ist da so ein Dokument mit mit Verfügung, wo man ganz, also wo man 20 verschiedene Ausfertigungen machen kann, also wo man eine Ausfertigung für den Mitarbeiter, eine für den Vorgesetzten, also so einen klassischen Verwaltungsworkflow, wo man 10 Durchschläge braucht und pro Durchschlag sind dann verschiedene Sachen sichtbar oder versteckt, oder kommen hinzu oder sind umformuliert verschiedenen Empfängern mit verschiedenen Signaturen, also Zeichnern, die jetzt das Ganze freigeben müssen und wie gesagt, da hat die Stadt München auch tatsächlich ja ihre gesamten, ihre gesamten Büroworkflows die letzten zehn Jahre darüber laufen lassen, über diese Anwendung, also als Referenz, dass es geht, denke ich, da brauchen wir nicht mehr drüber zu diskutieren. Gut, Dunkelverarbeitung, das ist so ein Thema, das ist ja vielleicht ein bisschen Fachbegriff, aber damit ist gemeint, dass nicht jemand sozusagen das Dokument sieht und bearbeitet oder freigibt, sondern dass es auf dem Server im Hintergrund irgendwas passiert und am Ende ein Dokument generiert, daraus plumpst, was eventuell nochmal gegengelesen werden muss, aber wo im Prinzip die gesamte Generierung automatisch passiert. Dann gibt's neben einfachen Sachen wie Pandoc für eine Markdown-Konvertierung nach ODF, also wenn man jetzt mit dem einfachen, also man, die Idee, dass man LibreOffice jetzt als Verwaltungsoberfläche benutzt, ist ja eventuell, wenn man jetzt ein bisschen ins Prozessdenken und ins Optimieren geht, gar nicht so ideal, weil man ja eigentlich gar nicht jetzt sich so austoben muss unter so viele Schnörkeln und Locken in seinen Text reinbringen soll, weil eigentlich um was es ja geht in der Verwaltung ist um reine Texte, also es geht nicht um die Formatierung, sondern es geht um die Inhalte. Da ist Markdown natürlich ganz wunderbar, auch was den Support von Kollaborationstools, was den Support von Web-Editoren und so weiter, alles freie Software angeht. Genau, und das ist aber natürlich auch sehr nett, mit Pandoc auch nach ODF konvertierbar. Dann gibt's zwei Template-Engines für die sogenannte Textprogrammierung, also wo ich innerhalb eines Textdokuments ähnlich wie bei PHP für eine Webseite Code einbetten kann, also wo ich ein intelligentes Dokument machen kann und sagen kann, wenn folgende Bedingung den Eingabedaten aus der Datenbank bei dem Anwender gegeben ist, dann bitte folgendes, folgenden Text einbetten oder diese Tabelle wird sie aus einem Datenbank Query, also jede Zeile ist ein Ergebnis eines Datenbank Queries erzeugen oder je nachdem, was ich für eine Rolle gerade als Anwender einnehme, folgende Kopf- und Fußzeile einbetten oder folgende Absenderzeile einbetten. Da gibt es zwei, wie gesagt, die ich für Verwendbehalte, einmal Relatorio und einmal Secretary, letzteres scheint etwas besser Maintained zu sein, basiert auf Ginger-Templates, wer das kennt, relativ verbreitet und wie gesagt, hat als Ausgabe Kanal ODF-Dokumente mit teilweise netten Features bei Relatorio, wie zum Beispiel auch noch Charts einbetten zu können. Das ist besonders nett, wie gesagt, für die Dunkelverarbeitung, für die Prozessunterstützung, die jetzt weggeht, von dem alles per Hand in einem großen Writer-Dokument editieren, weil es Sachen automatisierbar macht und nachvollziehbar macht und vor allem auch schnell macht. Also ich muss halt nicht jedes Mal LibreOffice starten, muss da nicht wollen, muss man halt LibreOffice als ODT Engine und fügt alles über API oder ändert alles über API in den ODT-Dokumenten und man kann ja auch direkt auf XML arbeiten, das ist einfach schneller. Genau, das waren die Sachen, auch dazu würde ich ein bisschen was an Demo und Screenshots nachreichen. Besonders cool und das ist tatsächlich auch eine Sache, wo wir momentan Projekte laufen haben, tatsächlich die wirkliche Implementierung von Workflows. Da gibt es mit Camunda eine Open-Source-Lösung, die ich persönlich momentan für die Best-of-Breed halte, basiert auf dem Business Process Management Standard 2.0 von der Object Management Group, ist schon ein bisschen älter, ist gut etabliert, ist XML-basierter Beschreibung eines Workflows und das Ding kommt halt mit einer Processing Engine, die also diese Workflows ausführen kann, sowie einem visuellen Modeller, also wo ein Workflow-Designer, der jetzt nicht Java-Programmierer ist, ähm, die das Prozess Editieren machen kann und das kann man schön gruppieren, da kann man sozusagen Makros, also Workflow-Komponenten definieren mit Eingängen und Ausgängen, auch das hätte ich gerne gezeigt, da habe ich jetzt zum Glück mal ein Screenshot hier, wenn ihr das sehen könnt, von dem Modeller für einen Workflow, das das ist also so eine das ist so ein Fluss-Diagramm, also da da kann man da kann man Aktionen definieren, da kann man Skripte laufen, da kann Code laufen, da können vorgefertigte Sachen, da kann auch eine E-Mail geschrieben werden, also das heißt, es kann wieder ein Anwender reingebunden werden, es können Events erzeugt werden und das Ganze ist für Dokumente einfach super, weil es programmierbar ist und programmierbar nicht nur für den Softwareentwickler, sondern auch für den Prozessdesigner, indem man eben diesen Modeller verwendet und damit dann seine Prozesse designt. Wie gesagt, das Ganze ist Open Source, also tatsächlich Open Source, klein bisschen Open Core dabei, es gibt so ein paar Enterprise Features, wie zum Beispiel so ein Optimierer, also welche Prozesse am meisten laufen und wie viel Zeit brauchen und so, aber das ist eigentlich, also abgesehen von der Tatsache natürlich, dass es eh immer eine gute Idee ist, wenn man Open Source produktiv im Enterprise im großen Stil einsetzt, dass man da jemanden in der Hinterhand hat, der einem Maintenance und Support geben kann und natürlich auch der Punkt, dass Open Source ja am Ende auch von irgendjemandem beschrieben werden muss, da bin ich natürlich selber in der Position, dass ich, da ich das professionell mache, natürlich auch ganz gerne immer sage, na, wenn keiner für Open Source bezahlt, dann macht es auch keiner professionell, deswegen, aber es ist tatsächlich eine ehrliche Open Source Lösung, es ist nicht mit irgendwelchen versteckten Begrenzungen versehen, das heißt, zum Loslegen, zum Spielen und auch für kleinere Deployments absolut geeignet, so wie es auf GitHub liegt. Hatte ich eingangs schon gesagt, auch von der EU gibt es ein paar schöne Projekte, speziell rund um diese Signatur und Dokument Sharing Geschichten, also das DSS-Framework, da geht es um digitale Signaturen, sowohl das Erzeugen als auch das Verifizieren und Validieren, schöner LGPL-Code in Java, ist auf GitHub, gibt fertige Releases, wenn man irgendwas On-Prem machen will, zum Beispiel für die für diese DSS-Workbench und die Online-Demos auch nochmal verlinkt, also für die Validierung oder fürs Troubleshooting, ich nutze es immer ganz gerne, um zu checken, dass der Code, den ich schreibe, dann auch PDFs generiert, die dem Standard entsprechen. Genau, was ich hier betonen möchte, ist tatsächlich, und die Projekte sind schon ein bisschen älter, dass da tatsächlich schon vor über zehn Jahren das Thema Public Money, Public Code und überhaupt auch die Idee, dass man, wenn man Innovation in der EU treiben will, dass man dafür erstmal Grundlagen legen muss und dass die beste Art und Weise im Software Bereich Grundlagen zu legen, die von allen verwendbar ist, tatsächlich Open Sources. Und das empfinde ich noch schön, dass das da so gelebt wird und hoffe, dass noch viele, viele, viele weitere Beispiele dazukommen. Genau, das ist ein bisschen Linksammlung noch zu dem E-Delivery, das ist das Dokument-Sharing sowie dem ganzen Thema E-Rechnung, was jetzt nur ein ganz kleiner Teilaspekt ist, wo ich jetzt persönlich nicht so tief drin stecke, aber wo momentan immer noch relativ viel passiert mit E-Rechnung und X-Rechnung und den diversen Standards, also dass die auch die öffentliche Hand in Zukunft nur noch elektronische Rechnungen annimmt, aber das ist am Ende auch nur ein kleines XML-Snippet, was im PDF drin steht, und auch dafür gibt es Open Source, die das macht im Buchhaltungsbereich. So, da würde ich jetzt ein bisschen, also vielleicht mal kleine Zäsur, einmal ganz kurz in den Chat gucken, ob es Fragen gibt bisher, scheint nicht der Fall zu sein, gut, dann würde ich jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ich kann nicht immer Namen und Kunden nennen, bedauerlicherweise, deswegen müsst ihr mir verzeihen, dass dass ich da keine Freigaben habe, aber ich kann tatsächlich, also von dem Beamux-Projekt muss ich nichts erzählen, das kennt ihr denke ich alle, dass grundsätzlich die Migration weg von Linux auf dem Desktop dort passiert, habt ihr auch mitgekriegt, was ich sehr schade finde, das ist denke ich aber nicht mehr zu ändern, da kann man jetzt einfach schauen, dass man vielleicht aus Sachen, die nicht so gut gelaufen sind, für die Zukunft lernt, für andere Projekte und da gibt es ja durchaus einige schöne, also das Projekt Phoenix hatte ich schon genannt, dann hat das Land Schleswig-Holstein sich dazu geäußert, dass sie auch da LibreOffice für die Verwaltung evaluieren wollen und es gibt ein paar andere schöne Beispiele in Deutschland, wie gesagt, Namen kann ich da nicht nennen, aber wo auch nach wie vor LibreOffice und weitere Open Source Tools produktiv in der Verwaltung eingesetzt werden und auch durchaus in sicherheitsrelevanten Bereichen und durchaus auch Ende zu Ende, das heißt als einzige Lösung, es gibt also keine anderen Office Suiten und keine anderen Textverarbeitungsprogramme sondern es gibt nur LibreOffice bei der Stadt München ist das auch keine Abkehr von Open Source ganz im Gegenteil da ist gerade im Server Bereich nur wird das nur noch mehr nicht weniger ganz im Gegenteil da wird Windows weniger und ja man wird sehen also auch im Mobile Bereich bring your own device also Interaktion mit dem Bürger was die Mitarbeiter angeht die jetzt im Homeoffice sitzen auch da ist gerne immer Open Source verwendet worden und wird vermutlich auch in Zukunft verwendet Bundesrechenzentrum hatte ich schon genannt mit der EIP elektronische Integrationsplattform das ist also eine das ist keine freie Software allerdings basiert es wie viele andere mittlerweile kommerzielle Angebote zu einem sehr sehr großen Teil auf Open Source unter anderem LibreOffice technisch ist es eine Java Eclipse Switch Plattform wo LibreOffice eingebettet ist tatsächlich direkt als Fenster in der Applikation das heißt es ist wie aus nahtlos wie aus einem Guss eine Anwendung für den für die Anwender wo es eben wenn man so will LibreOffice als Rich Text Editing Control in einem Teilfenster dann aufpoppt wenn mal wenn mal Texte zu editieren sind das läuft seit vielen Jahren es war in den 2000ern Open Office ist dann zu LibreOffice migriert und ist wie gesagt die Workflow Lösung für den gesamten für die gesamte Rechtspflege in Österreich inklusive Server Komponenten Workflow Komponenten die jetzt allerdings in diesem Fall keine freie Software sind ja Camunda wird ebenfalls verwendet in zwei Projekten wo aktiv momentan eine Migration beziehungsweise eine Implementierung von Workflow stattfindet in Deutschland bei der öffentlichen Hand wo wir beteiligt sind wie gesagt da haben wir tatsächlich wir haben uns den Markt relativ lange angeguckt und sind sowohl intern bei der CIB als auch für Kunden Projekte bei Camunda gelandet als eigentlich Best of Breed Lösung die am mächtigsten ist die aber auf der anderen Seite auch so nett mit diesem Modeller bedienbar ist dass das eben kein Softwareentwickler braucht für jede Prozessänderung dann gibt es eine weitere Implementierung oder einen weiteren Kunden der LibreOffice verwendet als Teil einer größeren Lösung in diesem Fall nicht eingebettet in eine Java Anwendung sondern LibreOffice als Frontend mit einem relativ großen Anzahl von Erweiterungen in Java das heißt ähnlich wie Volmux eine Extension die LibreOffice um Features und Funktionen erweitert die sozusagen den Workflow Anforderungen die die Workflow Anforderungen dieses Anwenders dann erfüllen das Ganze mit einem relativ ebenfalls relativ komplexen Vorlagen Verfahren in diesem Fall allerdings ein Vorlagen Verfahren was serverseitig zusammen also Dokumente zusammen mischt auf XML Basis und mit einem mit einer Prozessbeschreibung die tatsächlich bundesweit einigermaßen einheitlich ist da gibt es gibt es sozusagen von der Implementierung abstrahiert eine Beschreibung wie Dokumente zusammen zu stecken sind wie die zusammen gehören was für Voraussetzungen was für Datenquellen zu verwenden sind und das ist agnostisch oder Textformat Textverarbeitungs agnostisch implementiert und die Anwendung die da läuft ist tatsächlich eine Implementierung davon basierend auf ODF als Dokument und Vorlagen Format aber auch das ist tatsächlich in Produktion und ist die einzige Lösung die dort verwendet wird um die Workflows die Textdokumente zu generieren und zu bearbeiten Das waren die Beispiele Ah, ich sehe Fragen dann gehen wir mal kurz auf die Fragen Die Frage elektronischer Personalausweis und Signatur das habe ich noch nicht ausprobieren das sollte aber je nachdem also das ist auch nur in Anführungszeichen ein X509 Zertifikat das sollte vorausgesetzt ich habe dieses Feature freigeschaltet was ja defaultmäßig nicht frei ist das heißt ich muss mir dann irgendwie noch bei der Bundesdruckerei die entsprechenden das entsprechende Feature kaufen und das entsprechende Zertifikat kaufen dann sollte das aber mit LibreOffice auch unter Linux funktionieren ich habe es mit dem mit diesem Cardreader mit dem reiner SCT Cardreader mal ausprobiert vor zwei Jahren also grundsätzlich funktioniert das auch mit einem reihenfreien Software Stack diese Karte anzubinden ich kann jetzt allerdings leider weil ich es nicht ausprobiert habe und mich tatsächlich mal Ende zu Ende getestet habe mit dem mit der Signatur direkt aus dem Personalausweis machen ist aber wie gesagt zumindest für andere für andere europäische Länder Belgien Estland auf jeden Fall so dass das funktioniert das ist auch das ist auch schon vor etlichen Jahren eingebaut worden dass da der die LibreOffice Signaturfunktion auch tatsächlich einen Cardreader verwenden kann gibt dann halt die Signatur als eine von weiter von den möglichen Auswahl in der Auswahlliste wird das einfach aufgeführt und da muss man im Zweifel seine PIN auf den Cardreader angeben und mit entsprechender Sicherheitsstufe das Ganze implementiert hat zweite Frage ist Dokumente bündeln und ein Paket signieren statt jetzt jedes jeden Editor sozusagen mit einer Signaturfunktion auszustatten ja ist auch tatsächlich tatsächlich eher ein Zwischenschritt das ist eher also ich sehe es eher als als Weg hin von also ich hatte das vorhin ja aufgeführt wie so eine Migration von von Prozessen vonstatten geht die Leute kommen von Papierworkflows und das ist halt so ein Zettel und da ist unten so ein Unterschriftsfeld und das das sieht auch aus wie Unterschriftsfeld und dann schreibt man dann Namen und Datum hin und unterzeichnet und das ist halt so ein so ein Zwischenschritt der der gerne verwendet wird um die Leute mitzunehmen am Ende ist aber natürlich das was was man möchte dass das Ganze in der Dunkelverarbeitung passiert dass man auf dem Workflow-Schritt bloß noch eine ein Feld hat auf der Web-Oberfläche wo steht äh signieren oder oder genehmigen und da klickt man drauf und dann wird eine Unterschrift aufgebracht und ob die jetzt noch ein Faximile enthält oder nur rein die digitale Unterschrift ist auf dem PDF oder auf dem ODT-Dokument das ist dann für für den Rechner egal wenn der Anwender das noch haben möchte oder wenn der Bürger das noch haben möchte kostet das auch nichts das mit aufzubringen die Tools sind da also wie gesagt für die für die für die Backend Lösung ist die 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 PDF-Box würde ich sagen Best of Breed und das Mittel der Wahl das wird aktiv maintained das ist auch bei uns produktiv im Einsatz und das validiert mit allen gegen alle relevanten Standards das funktioniert dann auch im Acrobat Reader dass das angezeigt wird insofern ja dass da ist die die Unix-Philosophie auch bei mir stark und am Ende als als Techniker oder als Informatiker will man ja einen einen Softwareprozess haben und nicht jedes Mal ein Anwender der ein Rechteck aufzieht und fünf Schritte ausführen muss um was zu machen das das hebt die Synergie nicht das das ist nicht so weit vom Papier entfernt dass es dass es uns wirklich weiterbringt okay dann habe ich damit hoffentlich die Frage beantwortet zum Abschluss weil das doch tatsächlich immer mal wieder die Diskussion aufkommt so ja aber Open Source kann ja also dieses Box-Checking mit Open Source das ist ja nicht gleichwertig ja die Anmerkung kann ich denke ich die ist nicht nicht falsch denke ich also die 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 Leute die gerne auf Papier Workflows zurückgreifen tatsächlich eher nicht beim in der Bevölkerung oder der Bürger ist genau also der Punkt ist tatsächlich man will ja eigentlich man will ja eigentlich nicht Open Source also wenn es nicht anders geht ist es natürlich super es ist natürlich auch noch eine Möglichkeit zu sagen wir wollen Open Source um Open Source aber noch besser wäre es natürlich wenn man sagen kann hey es gibt hier was das ist gleichwertig funktional macht Kondas das gleiche es hat 5000 Vorteile was Datenschutz angeht was Unabhängigkeit von Anbietern angeht was die Möglichkeit angeht das On-Prem zu installieren und liebe Anwender oder lieber liebe öffentliche Hand liebe Wirtschaft das ist funktional mindestens genauso gleichwertig und da habe ich einfach mal geguckt was wie ist Nextcloud denn so da gab es ja gerade im Juni ein Nextcloud 19 Release und da ist mir tatsächlich nichts mehr eingefallen was ist was ich nicht was ich in der was ich auf Google Docs und in der G Suite verwendet habe was es dort nicht mehr gibt um jetzt tatsächlich einfach mal die Highlight Features da abzuklappern auch hier leider wieder ohne Demo aber da gibt es einen auch da gibt es einen Link für euch zum draufklicken in den Slides von der Groupware Integration das heißt alles aus einem Guss zu machen mit inklusive Video Meetings mit Verlinken von von Terminen und Personen und Gruppen mit integrierter Mail mit diversen KI Features die Sachen gruppieren die Sachen erkennen die die mitkriegen dass das eine Einladung ist oder ein Reiseplan oder ein Ticket mit passenden Companion Apps für für Mobilgeräte sowohl was jetzt Nextcloud selber angeht aber als was auch LibreOffice und Dokument Editieren angeht was kollaboratives Arbeiten an Dokumenten also nicht nur an Dokumenten auch was jetzt Video Chats und Chat an sich und Mail aber auch was Arbeiten an Dokumenten angeht inklusive einer Sidebar wie man es von Microsoft Teams kennt mit einem Chat oder mit einem Video Call wo man sich direkt abstimmen kann zum Dokument mit Killer Features wie Federation dass ich also meine On-Prem Cloud wenn ich dann mit einer anderen Behörde oder mit einer anderen Firma oder anderen Person zusammenarbeiten möchte dass ich trotzdem auf einem gemeinsamen Dokument arbeiten kann auch wenn das nicht in der Google Cloud oder in der Microsoft Cloud liegt Gruppieren also Kontextualisieren von Informationen im Sinne von Gruppieren mit Tags oder Hierarchisch oder in Workspaces mit einer Flow Engine also einer relativ einfachen Workflow Engine die aber skriptbar ist also wo ich so einfache Prozessautomatisierung Schritte machen kann wie Chatbots Messages oder Skripte antriggern die dann irgendwas tun auf dem Server und Planungstools Pan-Band-Style mit dem Dex Nextcloud Dex und so ein bisschen KI auch in Chats die dann auch mitkriegt oder versucht mitzukriegen was man da tun will und das finde ich so in der Form auch bei bei der G Suite oder bei Microsoft also die das Argument wir müssen das ja nehmen bei den proprietären Anbietern das zieht einfach nicht mehr das ist dann entweder Unkenntnis oder Unwillen und das finde ich eigentlich ist die schönste die schönste Situation in der man sich mit Open Source befinden kann dass man sagen kann hey es ist Open Source man hat alle Vorteile von Open Source und man verliert auch nichts dabei man muss sich nicht kasteilen man muss sich nicht zurücknehmen man muss nicht sozusagen sich mit einer schlechteren Lösung zufriedengeben die vielleicht so moralische Vorteile hat oder datenschutzrechtliche Vorteile jetzt aber den Anwender aber nicht so nicht so direkt tangieren und man kann sagen hey das ist mindestens gleichwertig und das finde ich eigentlich das schönste das schönste Ergebnis das Ganze und das trifft jetzt im Kleinen auf LibreOffice zu und im Großen eben auf diese großen Integrationsthemen und ich bin sehr gespannt wie es weitergeht mit dem Projekt Phoenix und ich bin auch sehr gespannt wie es weitergeht in Schleswig-Holstein gegeben die Voraussetzungen die wir da haben und hoffentlich dem der Chance nochmal sozusagen mit Technik von 2020 und mit Designs und Ideen und Prozess Prozessvorgaben die jetzt vielleicht nicht mehr exakt ein Papierworkflow abbilden müssen das Ganze nochmal machen zu können Okay damit wäre ich am Ende der Slides Danke ganz herzlich für eure und ihre Aufmerksamkeit ein bisschen Werbung muss sein wie gesagt wir verdienen unser Geld mit Open Source und stecken das was wir verdienen wieder zurück in Open Source das Ganze mit Schwerpunkt LibreOffice aber nicht nur wir machen wie gesagt auch Camunda wir machen auch andere Themen wir machen ganz viel PDF und E-Rechnung das alles basiert auf Open Source damit möchte ich dann nicht schließen sondern nochmal die Gelegenheit für Fragen und Antworten geben eine Frage aus dem Chat Zusammenarbeit mit anderen Firmen Argument für Microsoft Teams ist ja dass die anderen das auch haben und das zu Termine oder Videocalls einfach zu machen sind ja also für Videocalls ist jetzt das ist jetzt gar kein Argument mehr weil da ist ja einfach dann nimmt man einen Browser den haben hoffentlich alle und dann tritt man dem Call bei für Dokumente ist natürlich ein etwas härteres Problem also der direkte Austausch von von Office Dokumenten ist ein glaube ich das wird nie ein gelöstes Problem sein es ist ja noch nicht mal so dass das Microsoft Office das mit mit unterschiedlichen Versionen perfekt hinkriegt da ist eigentlich eher die Herangehensweise dass das einfach also idealerweise eben kein Dokument mehr durch die Gegend geschickt wird sondern dass dass man sich kollaborativ in einer Web-Oberfläche an ein Dokument setzt und das Format in dem es gespeichert wird ist ein Implementierungsdetail und auch das ist natürlich mit Nextcloud möglich also da mit mit LibreOffice Online kriege ich einen Share-Link klick da drauf gebe meinen Nickname ein und kann editieren also ähnlich das ist tatsächlich da wie die wie die G Suite also da habe ich die gleiche Experience auch da ist das ja eher die Ausnahme dass ich wirklich ein Dokument mal runterlade und das ist auch nicht sinnvoll also das ist ja eher ein Anachronismus oder aus der Not geboren ein Dokument per E-Mail rumzuschicken und zu sagen kannst du bitte mal reviewen oder kannst du mal querlesen oder kannst du abnicken das bricht jeden Workflow weil dann habe ich am Ende drei Versionen von dem Dokument und muss sie zusammen mischen wenn ich Pech habe gerade in der öffentlichen Hand wo es sehr viele Personen in der Regel gibt die die noch ein Wörtchen mit zu reden haben ein es oder ein ein das ist das ist Vielen Dank.